Was auf, der ist aggressiv, der ist aggressiv! Hau ihn doch nicht! Hau, da kommt er, da kommt er, da kommt er! Hallo, ich bin eine Kriegerin! Er hat aufgehört. Ich muss in die Schlappe! Ja, du musst ja jagen, stimmt. Wir sollten die aber züchten. Ja komm her Spinne, komm her! Komm her, ich mach dich kaputt. Hehe. Ich kann das nehmen. Tada! Ah, sehr gut. Oh nein, bitte nicht folgen. Die sind immer noch prünftig. Ich hab hier... Ich werde zuerst mal einen Rucksack haben. Ich hab hier Honig. Auch? Ach, den kann ich noch aufnehmen. So. Äh, Rucksack, 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 Rucksack. Ich hab hier noch ein paar Sachen für dich. Pass mal auf. Kann ich nicht essen. Kann ich nicht essen. Natürlich bin ich ein Rucksack. Kann ich denn? Natürlich bin ich ein Rucksack. Überleben. Ich weiß nicht, wie der Rucksack ist. Mann, 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 Mann. Bleibe. Da ist doch der Rucksack. Mann, 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 Mann. So. Ich werde schon wieder gefolgt. Hat schon wieder abgegeben. Also ich kann heute bis maximal 12 Uhr streamen. Ja, ich werde auch nicht sehr viel länger machen. Vielleicht sogar kürzer. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. kannst paaren und Kinder kriegen. Damit ihr Bhagat aufruft herumzugeifern. Haha. Ah... Hah! Ja, ich glaub das Thermometer brauchen wir nicht. ich möchte es aber ab ins bett ab ins bett ja dann machst du halt das fenster kippen oh mein gott alles gut also ich habe hier weiter unten diese entdeckten mit puh drauf also ich denke mal hier wird es noch mehr büffel geben da ist ein mini büffel ein baby büffel sind sie endlich soweit ja also nicht bei uns sondern woanders ich versuche ob ich zurückkomme solange es noch tag ist ja das ist gar nicht so weit weg von hier ja 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 ach ja ja Ich hab noch Fleisch. Du hast noch Fleisch. Aber, ja, wie könntest du mir das Fleisch besorgen? Das könnte ich. Ähm, hier. So, und pass auf. Jetzt pass auf. Wenn es sobald es tag wird, zeig ich mir das. Guck mal, das hier ist eine Vogelfalle. Das hier ist ein Samen in der Vogelfalle. Aha. Und sobald jetzt Tag ist, kommt da ein Vogel und fliegt in die Vogelfalle und schwupps, hast du einen Vogel. Guck mal. Den hab ich sowieso. Zack. Ein Vogel hab ich sowieso. Ich schmeiß ihn bei dem. Ich hab ihn dir gegeben. Ich hör den umbricht. Zack. Es kann sein, dass mal nur ne Feder dabei rauskommt. Ja, ist das. Ja, ich weiß. Nichtsdestotrotz, ich muss zur Jagd, um meinen Geisteszustand stabil zu halten. Ach, jetzt verstehe ich das. Im Frühling sind sie prünftig. Das dauert den ganzen Season. Das dauert den ganzen Season. Das dauert den ganzen sort an. Und rolled erwacht. JUN SAS. Wasser Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Weiß nicht warum, aber mein geistes Zustand ist hervorragend Meiner auch Habe ich ein Follow bekommen? Ohohohoho Mysterium Mal-ti-n-was? Mal-ti-na-to-ri- Was? Mal-ti-na-to-r-l-p Ah, deutsche Sprache, schwere Sprache Vielen Dank für dein Follow Dankeschön Freut mich, dass du dabei bist Hallo Conny Grün Ah, Conny, hi! Conny Grün sieht dazu Na, wie geht's dir? Achso, guck mal, was ich hier habe Gecker Guten Abend, Multinator-LP Von meiner Seite auch einen guten Abend Ich streame zusammen mit der Ger-Harlequin Das ist heute ein Dual-Stream Ja, mach du das Aber ich hätte jetzt keine einfache Farm gebaut Ich habe aber jetzt eine einfache Farm gebaut Brauch du doch die verbesserte, wenn du das unbedingt willst Ja, dafür brauche ich unbedingt noch einen Grasbüschel Dann auch Ja, ich suche mal einen Grasbüschel Ich werde dabei den Vogel umbringen Tu es nicht Doch, ich werde diesen Vogel umbringen Ich habe nur eine Feder bekommen Oh ja, mir geht's soweit ganz gut Ich kenne das Äh, Malen entspannt mich auch immer sehr So Jetzt verfolgt mich dieser blöde Büffel schon wieder Hm Wahrscheinlich bis zur Unendlichkeit Nein, jetzt hat er aufgegeben So, dann möchte ich mal die verbesserte Farm ausprobieren Und es wird durch Du weißt, dass das gleiche ist Ja Weiß ich Das schaffe ich noch Bin ja in der Nähe Das Feuer wird langsam ein bisschen klein Ich mach mal hier Wir haben keine Samen mehr Ich habe Samen Vogelsamen, wohlgemerkt Ja Ja Den anderen hast du aber auch Hä Wäre seltsam, wenn nicht Kann passieren, würde ich sagen Naja, aber du hast eine Tochter da Die müsste inzwischen schon schlafen Ja, aber sie wäre nicht da, wenn du keinen hättest Ja, natürlich Äh, so Äh, ein Alchemie